So, wir spielen ein bisschen Renatil. Big Beast Hunter. Ich hoffe auf ein besseres Matchup. Quest Priest mit 700.000 Horns ist irgendwie nicht so. Das, was man sehen möchte, so Kriegestolz der Naga, kriege ich noch. Ganze gegen den Druiden. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Ich hätte jetzt natürlich gerne ein K-Ninotron. Oh, yippie. Oder machen wir es doch so. Den machen wir es doch so. Du willst Agro? Ich kann Agro. Tradest du? Das würde ich dir empfehlen. Agro Token Gold finde ich persönlich nicht so den Oberkracher. Aber hier dann das eine. Oh man, schon Trog. Na dann. Na dann, bitteschön. Your Trog is your Trog. Na, was hast du getop deckt? Aha. Hm, Wildtier wiederbeleben. Da will ich momentan nichts machen. Oh man. , ,, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hydralodon ist einfach Anti-Agro-Pur Hervorragend Hervorragend So, dich hau ich gleich weg Dafür reicht der kleine Scheißer Dann rufe ich mir den Oh ja, noch ein Eisbär-Effekt Er macht den kaputt So Ich würde sagen, ich habe das coolere Board So, von mir aus auch das Und mir aus auch das Und auch das Das ist ein nettes Angebot, dass du meinen Truck vernichten kannst mit deinem Pelikan Okay, das möchtest du nicht Ja, denn Das ist doch so Dann lässt du dich auch echt hart ein, ne? So viel Silence Und so wenig Karten So kann es gehen Schönes Anti-Agro-Deck Sehr schön, sehr schön Und fünf Und fünf